Das beliebte 24-Stunden-Schwimmen kommt zurück. In Cottbus ist es schon lange ein Renner, in Forst steckt es noch in den Kinderschuhen. Erst zum zweiten Mal findet dieses Event nächstes Jahr in der Schwimmhalle in Forst statt. Vom Samstag, dem 13.01. bis Sonntag, dem 14.01. ab 10.10 Uhr können unterschiedliche Teams im Wettbewerb antreten. Innerhalb von 24 Stunden sollen dann möglichst viele Kilometer zurückgelegt werden. Die Teams müssen aus mindestens fünf Personen bestehen und bis spätestens 10.01. angemeldet werden. Interessierte können sich für die Anmeldung an die Schwimmhalle Forst wenden. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 8 Euro, ermäßigter Preis 7 Euro und für Kinder 6 Euro. Also Badehose nicht vergessen und dann kann auch schon in die 24 Stunden geballte Schwimm-Action eingetaucht werden. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 8 Euro.